Willkommen zurück zu Minecraft Revival, der Serie, wo wir uns wiederbeleben, wenn einer stirbt. Oh lol, äh, Blast Protection. Hallo, ja, ja. Yo, Minecraft, yo, Myvel. Yo, Myvel, haben wirklich Leute geschrieben. Es hat Spaß, bevor es weitergeht, bin ich in die Serie, warum? Minecraft, yo, Myvel. Minecraft, Myvel. Oh, übrigens, Juni hat hier, glaube ich, sein Ding ausgebaut. Ich glaube, es ist ein bisschen ausgebaut. Das sieht richtig cool als hier drin. Chaos Camp 33, ey, ist das ein Kaktus oder was ist das? Also, das Chaos steht für deinen Namen, Chaos. Chaos Camp 331? Ja, das 33 steht für meinen Namen, 33. Oh lol, du hast hier wirklich ausgebaut. Und das 1 steht für, weil das das erste Camp ist. Warte, 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 ich wollte heute weiter in der Mine gehen, weil das richtig spannend ist. Genau, ich habe nämlich, warte mal, ich habe nämlich, ähm, okay, wir müssen sortieren, warte kurz. Schau, warte, 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 warte. Ich habe noch was, ich habe noch was, schau. Ich habe nämlich, äh, Kalamari von den Fish Lessons, kriegt irgendwas Kalamari, ich habe keine Ahnung, was das ist. Nämlich, schau, äh, wenn ich jetzt hier das, 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 das irgendwie kriege. Ich würde nämlich sagen, lass uns hier von schlecht nach gut, weil schau mal, lass mal die geilen Sachen oben machen. Warte mal, wir geben das nochmal. Genau, ich brauche, 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 ich brauche irgendwie geilen Sachen machen. Warte, die ganze Edelstöße sind, glaube ich, richtig gut. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, checkt mal rechts oben beim i oder einfach auf meinem Kanal die Folge aus. Ähm, ey, was hast du? Warte, warte, warte. Stimmt, du wolltest dir das Ding geschaffen. Wir haben ja nicht Amethysten gefunden, warte mal. Ich habe das, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Auf alle TG-Tree geht er eigentlich. Schau, was hier abflogen. Was ist das? Oh, hast du einen Ultimative Squid geschaffen? Epic Squid. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ist es. Was macht das? Oh, das ist laut. Ich habe alles. Invisible, invisib. Oh, ja, schau mal. Oh, mein Gott, ich glaube, sie sind zu sparen sollen. Für einen Bosskampf oder irgendwas. Aber das ist, äh, keine Ahnung. Glaub ich. Also, die letzte Folge war's. Wir haben richtig viele geile Sachen. Ja, wer das nicht gesehen hat, kann ich bei mir, rechts oben bei mir aussteigen, wenn der letzte Folge nicht gecheckt hat. Was ist das? Ey, schau mal bei Units im Video vorbei, was der für alles für ein Fett. Ich habe Night Vision, Vsb, ich habe alles Resistance, Absorption. Ich habe eine, äh, für 40 Sekunden. Wir können sogar, wir können sogar jetzt hier Dings machen. Ich habe eine, ich habe eine extra Reihe Herzen. Oh, laul. Kannst du die Kiste, ja, die Kiste geht noch. Jetzt habe ich hier, jetzt, jetzt habe ich hier Energie. Okay, ähm, wir haben Dezium, äh, das ist stark eigentlich. Gold ist nicht so gut. Also, schau mal, du kannst das so ordnen, schau. Rupf war auch nicht geil eigentlich. Block of Silver auch. Ja, Dings, ja, du musst schon. Die oberen Sachen, Mithril, wie stark ist Mithril? Was kannst du daraus machen? Mithril ist nicht so gut. Was ist ein Terras neutral Erd-Gefakt? Das musst du oben packen. Krüton, äh, Krüton bringt eigentlich gar nichts. Ich glaube, das ist ein Realm-Kriff. Ich habe, ich habe hier einen Zombie-Air von dem, ich habe, ich glaube hier einen Zombie-Air oder sowas von Zombie gekriegt. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, das habe ich so gut, zwei, die ist gut. Schau mal, schau mal. Mithril, ähm, was? Ich habe Zombie-Air gekriegt, ich glaube, von dem einen Zombie, was ich testkilled habe. Warte mal, ich gehe mal. das ist richtig gut nämlich macht ihr mal aus der spitzhacke ich glaube dann kannst du mich die arzt auch abbauen die richtig gut sind oder wenn man das opal ob halt mal wie viele wir brauchen wir beide kurz wir können uns was richtig ich habe mir richtig ein schwert kraft bottom ist dinge ist eigentlich gut aber ich sehe die items blinken in dem ort weg ich wollte die sporten ich habe gesehen wirklich jetzt war ja was was für die art der dinge ich habe ich glaube ich habe das neues top ist nicht und allerdings ist nicht von ja 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 ich hab schon da gab es aber mit dem lichtschwert glaube ich mache warte mal ich glaube ich weiß nicht ich schau mal schraubt du irgendwo denkst du findest wie ist das dieses opal das ist so ein helllila das ich hab's ich hab's ich hab's helllila kupfer ja warte ich glaube ich habe genug jetzt ich habe ich habe bald weil die ich habe bald die da kommt ein trieber haben wir es jedenfalls klar war okay ich habe genug okay komm her ich kraft mit opal block und mit dem opal block und im opal war das du sticks ja habe ich habe mir ist richtig viel das rote erz ist lab ist ich brauche sticks ganz schnell komm her ich kann wir müssen mich ja nur wo vielleicht ein bisschen auch nicht so lavat oder willst du einfach da in der nähe auslagern was wir sollten uns öfen schaffen oder ja genau ich habe jetzt ja war mal öfen geht gar nicht ich will wie macht man öfen ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube es gibt andere furnaces genau es gibt das war das glaube ich habe den kann man machen ich weiß nicht wie der geht warte da brauchst du normalen ofen kannst du easy machen oder gibt mal auf oder wie heißt das hier wie kann man was braten ich glaube du brauchst diesen speziellen ofen gehabt aber ich schau gerade nach hier weil was denn das hier gibt mir ein stick ein stick was krieg ich dafür was krieg ich dafür ich gebe dir ein alexis ich habe keine ahnung was es ist okay warte ich habe hier noch holz also ich glaube jetzt ein neues schwert hier aber ich habe ein silberschwert ich weiß jetzt was der dings den du gegeben hast und genau so viel gleich viel der mensch aber es ist biet so und es gibt doch das kennst du auch das ich weiß jetzt was er macht wenn du zombies oder irgendwas abschießt dann krieg ich xp von dem mann krieg xp er kann ich mir nicht irgendeinen stärken schwert machen ruby soll das auch gleich ich habe ein seri schwert ich habe seri schwert kannst du machen oder hast du schon einst gari gari ist richtig stark aus für rüstung aber haben wir nur eins hier hast auch vier hast du sie sie schon und du kannst du verstärkt ist auch viel schwert machen hast du sie verstärktes dinge schwert gemacht speed sort oder eine boche aber viel mehr saphira ob sie den spielzeug erredet in seri things das machen seri schwert das macht 9,1 das macht 9 der menschen seri schwert ja das habe ich auch okay willst du ein speed sort ich habe in seri würde ich sagen eigentlich der einlager einfach so damit die ab hier war es so sagt der aktie wir können nicht sagen ja ich glaube wir können nicht sagen eigentlich kann ich sagen eigentlich ja nehmen wir nur die nicht die wertvollste sachen wir können nicht sagen wir nehmen nicht die wertvollste sachen mit weil ich habe noch paraform wenn wir sterben sie mir sowieso oder so ich habe sie red ich habe 9 das macht 9 der menschen ich glaube ich habe ich eine spitzsacke von dem macht ich glaube das ist stärker ich bin auch spitzsacke und seri schwert habe ich ich habe mich macht den spitzsacke 3 ich habe eigentlich sieben der mensch macht ist blau ich glaube dies gut weil schwert macht einen neuen der mensch von dem oder so das nicht ich mache einfach weil er so ich habe jetzt hier die spitzsacke paraform aber schon richtig geil ist so weiß und blau wir brauchen irgendwo wasser noch chaos camp 331 und warte mal was steht da oben was steht da oben da steht eine wahrheit ich glaube es ist mittlerweile schon gar nicht mehr winter aber lasst du kurz war das kurz ein bisschen was rauf nehmen oder ich baue mir das gar nicht wir können auch ich unten als einlager ich kann lavamitte hochnehmen eigentlich oder ja für was ich keine ahnung mehr ich aber wo geht es überhaupt drauf ich glaube da oder dinge ist einer noch in die kommentare geschrieben oder wir bleiben einfach unten und suche einfach einen neuen aufweg oder ich habe einen ich habe ich glaube ich weiß was das problem war du darfst du darfst mit einem stone bucket darfst du nicht lauer nehmen weil sonst strengst du das ist stark für rüstung nein nimm mal das mit julian das ist nicht kurzer wasser ein bisschen mehr ich habe kein wasser ich habe das ok das auch ich weiß nicht was es bringt hast du irgendwas zum schmelzen stimmt einen ofen wollten wir holen holst du einen ofen oder so oder weißt du wie man den macht weiß ich nicht jetzt diesen modofen kann man den nicht kraft von pyrotechnik aber öfter man nochmals dingster ich glaube so ok blumen aber du brauchst du richtig wiser ford ich glaube es gibt es ok warte lassen wir uns kurz hochgehen und ein paar öfen holen dann bauen wir uns hier unsere ganzen schmelzerei ok alles klar wir bauen uns hier unten unsere eigene schmelze auf ich weiß wenn ich warte mal können wir es machen wir jetzt währenddessen auch hier noch eine unendliche wasserqualle erbaut warte 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 oh Leute hier sind komische schwarze bricks warte dann kannst du es nachher ausbauen ich baue jetzt da herunten auch noch mal so einen äh warte so ich hab noch ein paar öfen aus der kiste ich glaub die spawnen nur in den villager sachen so warte so geht das ich glaub das sollte nämlich eigentlich gehen warte wir müssen das aber wenn dann anders machen mit dass das so ist und dann kommt das runter haben wir kohle ja oder ich hab kohle ich hab kohle eigentlich alle unsere ohrs können wir jetzt einfach mal schmelzen das heißt wir hauen jetzt ich hoffe das funktioniert alle rein und ja die schmelzen und dann kommen die unten raus perfekt das ist noch ein bisschen holz übrig oder irgendwas für den boden dann können wir das gleich ein bisschen verschönern da ja und da würde ich sagen gehen wir direkt weiter es gibt bestimmt auch safe irgendwelche ohrs die richtig gut sind die sind im untergrund es gibt tausende erze es gibt tausende erze haben wir bemerkt es gibt wirklich das liebe ich an dem modpack es gibt so viele erze die man auch finden kann die stärke sind das die ja und die verschiedene sachen machen wie zum beispiel die kamen diese komischen bucket sachen ok ich glaub das passt ziemlich genau jetzt schaut euch auch relativ schön aus ich hab übrigens auch den anderen komischen ofen mit dabei den du eben oben hattest den da ich weiß nicht ob das bringt und wir haben ein blast von das soll ich den schlösen nehmen war noch kurz war noch kurz muss ich schon weil ich glaube der stärker besser fährt so oder eine macht gar nichts geht überhaupt was passt das geht gar nicht ich glaube das ist weil das hier in der falschen version ist ja wir spielen ja eigentlich 1.12.2 ich glaube das ist ein mod der die ich glaube das 1.4 einfügt deswegen egal so ich habe noch einen zweiten ofen rein theoretisch aber ich sparte ihn mal auf wenn wir ja ja genau das brauchen ansonsten glaube ich ist nicht ready to go ja du kannst doch hier wasser hast du noch einen filter ich habe eine krümel ja ich habe 10 filter wenn du was brauchst ok weil nee 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 passt schon ich habe noch sieben kann man das einfach so kraften hier ist nämlich noch äh dings äh eine unendliche wasserquelle also falls es ein wasserball ist ok ist egal warte ich lage noch alle wir haben richtig viel koppelstoff ok hammer äh crafting table ich glaube es ist ein nächstes set ok perfekt das heißt ich nehme mir gleich eine waterbacke ich habe mir gleich eine waterbacke gecraftet wo ich dich unendliche äh dings hier gab es keine unendliche Quelle mit dem machen ja du machst das wasserquitz hör auf nein das geht nach oben das geht nach oben das geht äh das ist wichtig grünen schau mal das ernst weißt du wie das aussieht äh da musst du gute rüste machen die stärker als dir ist das nicht das validit validit schau das ist falsch das ist ähm ja validit das ist falsch nämlich das ist wie es ist validit validit äh roter dick roter dick das ist das ist das ist das ist kupfer das ist falsch und warst du da unten ja da war ich gerade da habe ich so ein rotes herz gehabt oh leid pass auf wir müssen validit mitnehmen validit für rüstung ich hab ich hab echt starke rüstung schon warte lass das nach oben gehen oder ja lass hier weitergehen oder so ein bisschen oben weiter na oben weiter ok ich würde mal unten nicht oben dann schauen wir wer wo rauskommt irgendwo gibt es ja einen ausgang eigentlich ja da oben war richtig für validit glaube ich ja es gibt safe irgendwo eine ausgang ist überall validit was ist das ist mitri ne es peridot das grüne ist übelst unnötig das brauchst du nicht das ist einfach nur zugekommen ich hab grad cobbled ns n deciding gekriegt ja keine ahnung was das ist hier ist ja richtig viel von warte hier ist einfach gay brauchst du nicht gay für diese komischen anderen sachen ich glaub ruby brauchen wir doch so oh nix ist doch hart unnötig du brauchst ja 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 kein onyx ruby ist irgendwas du bist eh da oben oder komm doch hier ist der riesenspinner hier ist glaube ich so ein dungeon von der oh oh glaubst du ich kann mich hochbauen gerade glaube ich ich weiß die leute die leute haben in die kommentare geschrieben bei mir dass es auch dungeons gibt von dieser spinne komm mal rauf ja ich probier's mal ich weiß nicht ist ein skelett und alles ich schau mal hier ist eiler oder ne du bist unter mir oder so ja 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 komm mal rauf Leute ist alles richtig verwachsen bei mir oh du bist da komm mal rauf komm mal rauf wo bist du denn da oben hinter dir also hier hallo da vorne ist alles verwachsen ja genau warte hier ist auch das blaue erz wieder das ist aus dem meine spitzeige ist Saphir dieser ist was so hart dir ausschaut jetzt komm rauf vielleicht ist der loot drin wir haben beim letzten mal schon richtig geile Sachen gefunden wie den letzte folge haben wir ja pass auf pass auf ich weiß nicht ob die stark ist vollgas oh oh das macht nicht aber ich glaube unsere schweren sind stark oh ja das ist nicht direkt ok nur ein spider fang jetzt gedruckt ich soll schauen wenn ich so ein dungeon finde nach kisten aber ich weiß nicht genau wo das sind sicher dings exact das sind die eier von der ok keine ahnung leute übrigens modpack vor allem gesagt flo gibt es modpack zum download ich kann gerne euch die modliste demnächst vorstellen hier in der nächsten Folge ja komm warte ich sag mal wenn wir wie viel likes wir schaffen für die modliste was sagst du also bei dir oder jetzt bei mir oder insgesamt sagen wir bei beiden bei mir müssten die leute sagen wir ich sag mal 8000 likes schaffen 8000 likes auf der öffentliche modliste aber ihr braucht auch bei julian ich sag mal wie viel sagen wir sagen wir 1000 likes bei dir 1000 likes vielleicht genau 1000 bei dir und 8000 bei mir ok also alles klar das heißt wir hören uns ein video ihr müsst hier rüber gehen lasst mir dir ein like da und bei mir auch und wenn wir 8000 und 1000 haben bei beiden nur bei beiden dann gibt es die modliste dann könnt ihr es auch spielen was ist das überhaupt Leute sind scheiße oh diamond das war saftig das war saftig das war saftig das war saftig Grand die die ja spider chain da das da drinnen da schau mal was ist exakt was ist der sack von der spinnen wo die babysp latest können i essen meine nicht ich glaube nicht oder candy du hast du gesagt ist die intenten Untergrundbiom. Aber laul, wie cool das aussteht doch. Ey, aber pass auf, die Leute haben gesagt, wenn weiße Blätter sind, dann sind Spinnen in der Nähe. Ja, Spinnen. Musst du mal Fakken platzieren. Oder hast du Nightwish'n? Ich hab Nightwish'n. Oh, laul, das Skell ist ja richtig gut. Was? Nein, nein, nein. Ich hab's. Ich hab drei Herzen. Es hat fünf Herzen Damage dazu gemacht. Ey, hast du noch den Supersquid oder hast du ihn gegessen? Den hab ich gegessen. Hier ist aber noch mehr, du kannst noch mehr craften. Ich brauch noch solche komischen Dings. Äh, äh, Fisch-Dings. Ja, ja. Okay, dann musst du wieder ein bisschen Fische suchen. Ich nehm jetzt alles, weil ich dich bin. Ist mir jetzt egal. Ich will keine Rüstung haben. Ist es eigentlich was? Baller, Diggi, Diet. Das ist ein Dungeoning. Pass auf. Nein, 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 nein. Warte, ich kenne ihn. Man muss jetzt zwei Blöcke unterstellen. Pass auf, da kommt es zu oben. Nein, nein, nein. Ich sterb. Nein, ich schwärze, ich kaputt. Der hat mein Schwert, Claude. Ich sterb wirklich. Ich sterb wirklich. Ich sterb wirklich. Ich bin auch geportet. Ja, der Porte hat mich weg. Ich kann nicht eingriffen. Warum ist das so? Nein. Flo, bitte. Warte, warte, warte. Das ist bei mir. Bitte, bitte. Der Porte hat mich durchgegen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Warte. Äh, 100 Sekunden. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich rette dich. Ich rette dich. Oh, okay. Oh, danke. Nein, nein, nein. Ich hab mich einbaut. Warte. Du solltest die Stärke Rüstung craften. Warte. Der hat mir in den Momentar komplett random gemacht, irgendwie. Mein Komplettar vollgewühlt. Nee, warte, ich hab bei mir nicht. Der hat mein Schwert. Hast du was zum Essen? Ich hab ein halbes Herz und kein Essen. Äh, ja, ja, warte, da. Warte, warte, da. Ich hab nicht so viele Karotten. Ich hab nur ein paar. Das ist echt hilfreich, Flo. Ja, ich hab nicht so viele. Da kommt schon wieder ein Zombie. Irgendwo. Warte mal, ich brauch mal zu, jetzt. Warte, geht das? Ich brauch genau zwei, dann hilf ich mich. Hier ist einfach Rottenflash. Warte. Oh mein Gott. Ich warte richtig viel Neue. Nein, warte, ich hab Berries. Ich hab Berries. Alles gut. Okay, wo ist der Berries? Ja, keine Ahnung. Ich hab einfach mal mitgenommen. Ey, wir sollten mal mehr auf Richtung Essen gehen. Wenn Zombie mich eingreift, kriege ich auch Hunger, gell? Einer hat auch geschrieben bei mir in meinen Kommentaren, dass wir irgendwie einen Wintergarten am Wasser hier bauen können oder sowas. Okay. Ey, willst du dir die Stärke Rüstung machen? Weil ich glaube, das ist keiner so gut, oder? Ich glaube, ich saftig ist, glaube ich Diamant oder so. Alles klar. Hierzu wirklich gejopft. All right. Leute, ich schmelze da nicht. Warte mal. Nicht? Oh, wir haben einen Stack für diesen komischen Peridot. Ah! Okay, alles klar. Jürgen, niemand mag Peridot. Ich mach das einfach. Warum ist der Hof drin? Warum ist der Hof drin? Man kann absolut gar nichts mit Peridot machen, außer Blöcke. Ja, Peridot ist hart unnötig. Warum baue ich es überhaupt ab? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, wir haben jetzt hier einen Mülltonne, wo wir unseren ersten Trash reinmachen können. Ich habe jetzt einen Bogen. Ich schaue mir, gibt es irgendwas, woraus du dir Rüstung machen kannst? Lappelsrüstung? Nein, oder? Ich habe eigentlich eine Deer-Dings, aber ich weiß nicht, ob die so gut ist. Du bist ja richtig schnell gestorben. Ich habe eine Lederhose. Ich brauche nicht in der Hose. Wir bräuchten mehr Kalamari. Amit ist Schwert. Ich brauche nicht in der Hose. Wir bräuchten auch mehr Saphira. Das ist ein normaler Saphira, Julian. Was so ganz richtig kräftig blau ist. Links oben das. Daraus kannst du dir starke Sachen machen. Äh, so, warte. Brauchst du ein, äh, was du für Stiefel? Mach die mal validiert. Ich glaube, das ist stärker, oder? Ich habe dir. Das macht drei. Drei Silberne Balken. Das macht drei und zwei. Drei und zwei. Ich glaube, das ist gleich, oder? Meins auch. Okay, aber das ist acht Damage. Ey, gibt es sonst nichts, Koppa-Ingund? Wo man sich geile Rüstung machen kann? Ich brauche eigentlich nur eine Hose. Was ist Peri? Ach, das ist Peridot, Junge. Warum haben wir eigentlich Peridot die ganze Zeit? Zerid, Mithril. Kann man sich aus Mithril-Rüstung machen, weißt du das? Mithril, also in Terraria gehst. Äh, okay, ja, egal. Dann, äh, wieder auf geht's zurück. Und hoffe einfach, dass wir nicht sterben. Ich habe echt starke Rüstung. Ich habe Strength, Leggings, Alyxid-Boots. Kann ich mir aus Nix hier Dings machen, ne? Ey, wenn du vier Alyxid hast, mach dir Alyxid-Boots. Und komm, komm jetzt mal mit hier. Der Alyxid ist richtig stark. Ich kann mir Emerald-Rüstung machen. Alyxid? Es gibt, es gibt... Hier ist Topaz, Walle. Kann man aus Topaz-Rüstung machen? Nee, Emerald-Rüstung geht leider nicht, okay, okay. Ey, kann man Topaz-Rüstung machen? Validid, meinst du? Ja, Validid ist aber nicht so stark. Hier ist mehr Ruby-Ohmüge, das sind richtig viele Ohrs. Ja, doch, doch, das ist richtig stark, Validid. Ja, aber nicht so stark wie, äh, deins, oder? Also die Stiefel zumindest. Die Stiefel? Also die Rüstung? So, ich weiß, die jetzt mit. Wir brauchen Saphir. Validid ist richtig gut, eigentlich. Also gegen die Lederrüse, das Rüstung... Ich glaube, das ist Topaz. Wo bist du jetzt schon wieder hinkrennt? Schau mal, bitte. Bist du jetzt schon wieder hinkrennt? Topaz? Ich bin dort, wo diese komischen Dings... Ah, ist richtig, richtig viele gute Erze. Äh, die Erze, die alle aussehen, oder die, äh, wie Diamantoschern, die sind richtig gut. Äh, die anderen, die meisten Ingotts sind relativ trash. Ähm... Topaz, Schwert, 6,5 Damage. Und Amethyst ist auch richtig gut. Warte? Topaz, meiner. Ja, ich hab's ja vier. Ich hab's ja richtig viel. Flo, du kannst, also ein Toolbinder, kannst du irgendwie ein Schaufel und ein, äh, ein Spitzhecker kombinern. Ich weiß, du kannst es so mischen. Du kannst so ein Super-Tool machen, warte. Oh, ich hab richtig viel. Oh, wir können uns das ganze Sachen machen. Aber, kannst du Topaz, kannst du ein Flamesort machen. Und wenn das Flamesort... Wo bist denn du jetzt? Vinderium-Junk, keine Ahnung, warte mal. Ich bin dort, wo wir vorhin waren, bei diesem komischen Wald. Nur ein bisschen weiter, ich bin rechts unten. Ey, die Medien sind richtig geil, eigentlich. Die sind so anders, die sind so... Oh, ich hab fast ein Lauer gefallen. Wo bist du, ist Redstone? Äh... Warte, ich komm zu dir, wo bist du? Vertrieg 20, jetzt hat noch einer in den Kommentaren geschrieben. Schauen, ob wir erkunden können. Oh, das ist richtig viel. Einer hat in den Kommentaren bei mir geschrieben, dass irgendwie voll Angst hat, dass wir sterben. Sonst ändert die Folge. Ich hab eigentlich auch Angst, mir macht das Projekt richtig Spaß. Ich will nicht, dass es zu Ende geht. Vorne ist ein Typ, ein Zaunbeer mit Holzschwert. Oh, lol. Der nimmt keinen Knockback, der hat Knockback-Keks. Aber ich bin richtig gut ausgerüstet eigentlich. Ey Leute, feiern ein Revival, richtig. Deswegen, Leute, lassen wir 8000 Likes haben. Dann kriegt ihr die Mod-Liste. Dann könnt ihr auch selber Spiele und Tipps geben. Also eigentlich 9000 Likes mit mir, ja. Okay, bist du dort? Alter, oben ist... Ich steh dich. Okay, genau, 9000 Likes. Ey, pass auf, pass auf, lass mal weitergehen da. Ich stehe jetzt einfach zurück. Hast du einen Bogen? Easy, the game. Wir sollten uns eigentlich wirklich einen Bogen oder sowas zulegen. Oh, lol. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Pass auf, nicht das Ding. Ich glaube, das ist eine Superspinne, oder? Spiel circa. Kann das sein? Pass auf, Creeper. Oh, mein Gott. Aufpassen. Es ist ein Drache, es ist ein Drache, es ist ein Drache. Geht ihr uns an? Ich weiß nicht. Pass auf. Du bist dumm in Skeletze. Äh, ich kann nicht hütteln. Warte, warte, ich hab richtig Müll bekommen. Äh, Pfeiler, es sind kein Müll. Ich brauch Pfeiler. Ich brauch irgendwas zum Essen, ich hab kein Essen mehr. Oh, mein Gott, das ist ein Giftdrache. Siehst du den? Oh, oh. Fühl ich hab Angst. Ich glaube, ich tüte zuerst, tüte zuerst den ganzen Mond. Man soll ihn rundherum. Oh mein Gott, Enderman. Greift kein Enderman, ist richtig brutal, by the way. Pass auf, pass auf, pass auf. Der portet mich einfach. Ich kann grad nicht helfen, oder so. Ich hab gar kein Essen. Ich mach ihn, ich mach ihn. Ich glaub, okay, ich hab ihn gekillt. Hilf man sich mit trinken? Ist alles, dass du dich heilst? Ich hab, ich hab kein Essen mehr. Okay, auf geht's. Hast du nur los? Ja, du bist voll bist. Du bist voll bist. Ich kann, ich kann, ich kann nicht. Geh, geh mir in. Okay, lass einmal voll hin. Oh mein Gott, das ist ein Command Block, glaub ich. Oder was hat der? Ich glaub, das ist ein Command Block. Oh mein Gott, der macht Kräftattacke. Siehst du das? Okay, warte, ich bau mal so eine kleine Festung da auf. Bau mal so ein bisschen, warte. Oh, soll ich hingehen? Oh, der wirkt sehr stark. Er macht aber kein Damage. Kein, nicht, warte. Ich glaub, der ist stuck. Oh mein Gott. Ja, pass auf. Oh nein, es macht der Gift. Oh, pass auf. Ich glaub, er ist tot. Warte, warte, was macht er? Oh mein Gott. Rage Mode, Rage Mode, Rage Mode, pass auf. Ich hielt den ganzen Zeit. Oh nein. Ich glaub, der ist zwischendurch down, oder? Was ist das? Oh Gott, jetzt wieder, jetzt wieder. Pass auf, pass auf. Ich kann nicht angreifen. Oh doch, jetzt. Oh, pass auf, ich... Er ist tot. Oder? Nein, er ist nicht tot. Er ist nicht tot. War ich hier überhaupt Damage? Ich weiß es nicht. Kann man die überhaupt killen? Kaffee run. Hä, hat der, warte, oder muss man den nur... Warte, lass ihn mal liegen, lass ihn mal liegen. Mit der Hand vielleicht, oder? Ah, nein, nein, nein. Ich glaube, wir müssten den irgendwem ausknocken. Also ich glaub, der wird nur ausknockt. Wir können den nicht killen, glaub ich. Und soll ich dabei looten und du... Nein, weil er heilt auch weiter drauf. Ich werde den einfach nur ulti viel AP. Okay, ich bin low SP. Weil wir haben nicht eigentlich so starke Sachen, oder? Was macht denn Zauberstaff? Ich hab keine Ahnung, eigentlich... Ich dachte eigentlich XP, aber... Er macht nicht so viel Damage, eigentlich. Aber der macht so komische Griffinfekte. Hör mal auf, hör mal auf. Glaubst du, ist freundlich? Lass ihn mal, lass ihn mal, lass ihn mal. Vielleicht ist er so ein freundlich, wie der hat jemand zähmen kann. Boot, boot, boot. Ich baue mal die Sachen ab. Oh nein, der ist nicht freundlich. Der ist nicht freundlich, okay, warte mal. Wir müssen den ausknocken und dann seine Sachen klauen. Okay, lass ihn, lass ihn. Okay, bau ab. Ist nur ein chest. Oh mein Gott, hier ist der ulti viel. Wieder ausknocken, wieder ausknocken. Genau, genau. Chest. Irgendwas war da drin, was war da drin, was war da drin? Ich will es sehen. Ja, das ist, zeigen wir. Okay, wer nachher. Warte mal, das ist mit der Wacht. Shining Stone. Oh mein Gott. Okay, lass rennen, lass rennen, lass rennen. Was gesehen hat gerade, ne? Ich glaube, es ist aber... Hinter uns, Creeper, hinter uns, Creeper, Creeper, oh man. Unsichtbare Creeper, wow. Halbes Herz. Hä, kann man den legit nicht killen? Flo, ich bin weg, tschüss. Ich habe ein halbes Herz. Okay, dann bau dich ein. Enderman, Enderman. Ich schaue einfach, dass ich... Ich habe kein Trinken mehr. Ich habe noch genug trinken. Ich habe echt Angst, dass du... Da vorne ist ein Zombie, da vorne ist ein Zombie. Oh mein Gott. Ich würde Leute denken, es ist bestimmt, weil wir Hardcore spielen gerade. Keine gute Idee. Oh, der Drache, der Drache. Aber der kommt nicht durch. Lol. Rare Snagging Enderman. Auf der irgendwas. Ich habe eine richtig gleiche Herz gefunden. Das muss ich davon. Enderman, wir müssen irgendeinen Enderman. Ich will es haben. Ich habe es. Oh mein Gott, pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe ein Ethereum. Was habe ich da alles gekriegt? Richtig viele Ohres. ETHERIE, 14 ATTACK DAMAGE. ETHERIE, 14 ATTACK DAMAGE. Nimm es mit und lauf einfach. Nimm es mit und lauf. Hey, lol. Der Drache ist ungesiegbar. Ich glaube, der bewacht das einfach. Ich habe ein Dragon Head. Ich habe ein Enderman. Ein Dragon's Game. Luminous Belly. Ich weiß, ich mache gerade richtig risky Sachen, Leute. Aber. Das ist die XXL Folge, Leute. Flo, ich habe ein halbes Herz. Okay, ist egal. Lauf nur weg. Geh du ihnen sicher. Ich kann nicht weglaufen. Davon ist ein Zombie. Okay. Aber ich habe nichts mehr zu trinken. Ich kann es versuchen. Warte. Es sind so viele Herzen. Wir brauchen die. Das sind die besten Herzen hier. Flo, nutze Armmerkung. Ich habe ein halbes Herz. Okay, oh nein. Ihr Leute, ich will an der Stelle, was wir sagen. Lasst uns am Luchta für den Revival. Ob wir die nächste Folge überleben, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ja, ja. Lasst uns am Luchta und ciao. Ciao. Outro